Ich hoffe, das Spiel startet und nicht von alleine. Okay, das will ich jetzt sehen. Boah. Das ist aber ein bisschen laut. Ich mach, äh, holy shit, ich kann keinen Zaun da machen. Warte. Sorry. Jetzt hab ich's leiser gemacht. Okay. Tigger. Es ist replay. Magic Cauldron. Das ist auch so eine wilde Slot, ne? Hast du diesen Unicorn-Bonus bekommen? Oder diesen normalen... Wahrscheinlich Unicorn-Bonus, ne? Okay, reicht das schon? Nee, eine Connection fehlt noch. Zack. Okay, jetzt hast du drin. Jetzt bist du drin. Potion. Hier. Unicorn, er hat echt Unicorn bekommen. Yo, das ist so selten. Vier Stück sogar. Starten alle mit einem X. Aber vier Stück, das ist schon selten, ne? Und die... ist halt dieser Jam-N-Jazz-mäßige Bonus. Digga. Du weißt ja, wie lange ich den gehandelt hab, ne? Bis ich den mal bekommen hab. Ja, das zahlt dann halt krank. Guck mal, jetzt schon 400 X fast. Jo, 2000 X. Die Connection. Oh mein Gott. Insane, Alter. 20 Cent. 500 Euro. 200.000 X. 5K hat der Max, ne? Also 1000 Euro wäre Max-Win, ne? Damn. Digga, das ist schon krass mit so einem Multi. 20, 20, 20. Die addieren sich halt alle nur, ne? Nicht in Jam-N-Jazz. 20 ist sogar Max. Guck mal, Max-Multi. 60 X. Also wenn der da andere noch dazugekommen wäre, okay. Aber das ist wild, Alter, was hier passiert. 3000 X. Holy shit. Wird der andere sogar noch mal aktiviert hier. Guck mal. Finden die noch mal zusammen irgendwie? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo, wie er echt noch mal den 4. Multi ranholt. Bro, was für ein Luck. Yo. Oh mein Gott. Insane auf 20 Cent. Kranke Geschichte. Fast, ja, wie viel? 3,5. 4.000 X. Digga. Hätte echt Max werden können, ne? 1.000 Euro, wenn Max. Jetzt geht er, glaube ich, gleich tot, ne? Über 4.000 X. Damn, das ist anders, sick. Herzlichen Glückwunsch, Fraggle. Darf ich das hochladen als Highlight? Habe ich die Rechte daran, das hochzuladen? Fast Max Win in Magic Cauldron. 4.200 X. Damn. Anderskranke Geschichte. Auf Kryptosino, gerade eben gehittet, ne? Schönes Ding, ja. Okay, wir machen weiter mit unserem Bonus-Opening hier. Okay. Okay, wir machen weiter mit unserem Bonus-Opening hier. Okay, wir machen weiter mit unserem Bonus-Opening hier. Okay, wir machen weiter mit dem 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 Bonus-Opening hier.